Hier am Frankfurter Aktienmarkt ist ja der DAX mit sehr viel Schwung aus der letzten Woche rausgekommen. Am Freitag hatte er einen Satz von plus 2% gemacht und so hoch geschlossen wie noch nie. Und inzwischen laufen die Wetten, wann er denn wohl auch sein Allzeithoch bei 8151 Punkten erreicht. Dieser Gipfel stammt vom 13. Juli 2007. Damit wäre dann wohl die Finanzkrise endgültig überwunden. Nun, besonders schwungvoll ist der DAX heute nicht unterwegs. Da haben wir das Kursbarometer zur Mittagszeit noch mit einem minimalen Minus. Experten sehen Impulse für eine Fortsetzung des Aufschwungs auch eher im weiteren Wochenverlauf, wenn die Berichtssaison in Deutschland richtig Schwung aufnimmt. Und wenn es so weiter geht wie heute mit Linde, dann stehen die Chancen auch ganz gut. Der Industriegasehersteller hat die Erwartungen ja deutlich übertroffen und stützt den DAX immerhin mit seinem kräftigen Kurs plus von über 3%. Bis Freitag stehen dann noch sieben weitere DAX-Unternehmen auf der Tagesordnung. Den Dienstag müssten wir uns vielleicht noch nicht unbedingt rot anstreichen. Da legt die Commerzbank ihre Zahlen vor. Das Finanzinstitut hat aber in letzter Zeit eher enttäuscht. Andererseits könnte es an diesem Tag bei dem Rückversicherer Munich Ray gut aussehen. Auch ein Schwergewicht im DAX. Danach haben wir noch die Telekom, Heidelberg Zement, Henkel und Lanxess. Am einfachsten wäre aber wohl, wenn aus den USA nochmal richtig gute Konjunkturdaten kämen. Gén� liberation. Gén Map. Génёrs. Gén碟. Gesang am einfach p evolutionary. Hähído Wohl. G tapped in. Pohre Mischof. GäßbäSíbo.